Nee! 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 Scheiße! Was ist da eh schon wieder los? Der Chipschli, du da ist ja hier. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu laut gemacht. Hm. Ja, das sind wir auch schon wieder bei Rollercoaster-Tycoon 3. In der 3. Folge. Beziehungsweise, wenn man den Trainer dazu zählt, in der 4. Aber ich zähle nicht dazu. Oh. So. Hier schön. Schlange war. Komm da noch näher. Komm da noch näher. Äh! Äh! Geilerlager. Ich liebe solche Langschlangen. Aber nur nicht, wenn ich drin stehe. Geilerlager. Ah! Ja! Ja, haben wir jetzt lange genug angeguckt hier. Kann man die Kamera wieder ausrichten? Gar nicht! Danke! Danke für nix! So! Jetzt wollte ich... Jetzt! Jetzt wollte ich mal gucken, was man hier sonst noch bauen kann. Hier, die Kinderbahn. Brauchen wir nicht. Das ist ein Erwachsenenpark. Der aufregende Fahrten. Was ist da denn? Äh, was haben wir denn da so? Oh! Was ist da da? Nee! Nee! Ah! Hier den Freefall Tower. Den wollte ich hier eigentlich hinbauen. Ach! So eine Scheiße. Aber den bauen wir... Den bauen wir auch noch. Nur jetzt nicht. Himmelsklatsche. Ja! Ich hab den Fliegenklatsch grad geschmissen. Da war der Himmelsklatsche. Putsch! Alter! Ich wollte aber mal sowas bauen wie, äh, Go-Karts. Ach! Hier eine Hängebahn. Auch so. Was ist da da? Wasserrutschen. Ah! Das könnte ich ja auch bauen, wa? Wasserrutschen. H2U-Rutsche. Hey! Kann man damit machen? Kann man die so bauen, oder wat? Baust du mal, wa? Wo baust du die denn denn mal hin? Hm... Ich könnte ja hier mal hinbauen. Und ich hoffe, die wird jetzt nicht schwarz. So wie die anderen. Ich mag ja schwarz, aber... Kann man da doch mal ein bisschen drehen, hier, oder wat? Ich fahr, wa? Ah, das blöde Riesenradschatten. Schicksal, da! Hahaha! Ja, hab ich vorgegeben. Okay, die ist nicht schwarz. So! Was ist da da? Ist da der Start, oder wat? Joa! Gut! Da machen wir an. Start, wa? Ah, wa? Start, wa? Irgendwann, äh... Werde ich auch die, äh... Die Umgebung so ein bisschen anpassen. Damit man, wenn man zum Beispiel irgendwie bei der Wasserbahn runterfährt, dass man dann noch tiefer als die Erdoberfläche fährt. Boah, weiß schon Bescheid, was ich meine. So, jetzt geht es nach oben. Und dat da. Geht stein auf, oder wat? Es geht stein auf, weil geilerlager... Oh! Oh! Et geht riecht... Oh! Et geht riechtig steil... Der Sch... Uff! Ne! Ach du willst mich doch verarschen, alter! Ne! Oh! 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 Ja, dann halt so... Und so... Und dann... Geht noch weiter! Ach Gott, ach Gott! Ach! 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 Geil! Ja, geil! Ui! Jetzt wird es richtig spaßig! Jetzt... Also jetzt... Wird es spaßig! Aber richtig! Richtig spaßig! Spasiger geht es nicht mehr! Ach! Ah! Alter! Alter! Was ist da los, ey? Da geht ja richtig steil! Da geht ja richtig steil! Und... Was? Machen wir das mal... Die Leute werden sterben, alter! Ich glaube, die werden wirklich sterben! Das ist zu steil! Äh... Und dann machen wir das einfach mal... Oh Gott! Ne, das überlie... Scheiße! Ähm... Und dann so... Dann müssen wir das so langsam auskleiden lassen! Aber dann muss ich wirklich so ein Ding da reinbauen, hey! Und so eine lockere Kurve! Sonst, sonst... Die fliegen... Die fliegen mir eh aus der Bahn! Da fliegt der vom aus der Bahn! Nicht in der Bahn! So, die ballern dann hier um die Kurve! Dann geht er wieder gerade aus! Und vielleicht auch mal wieder nach oben, wa? Vielleicht klappt das! So... Aber wenn ich das jetzt... Ich glaube... Dann geht hier die Welt! Ja, dann geht der Bärstar! Ja... Ja... Naja... So ein bisschen mit... 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 Mit den Bäumen und so weiter! Ich könnte das natürlich auch noch anpassen! Und dann ist das halt... Dass ich das jetzt... Das mache, was ich eigentlich vorhatte! Ich guck mal! Ne, ich baue erstmal zu Ende! Da kann ich Stadt ja immer noch an... Pasen! Gibt es hier sowas wie Bremsen? Ich glaube nicht, wa? Da muss ich Stadt einfach mal... Geht keine Kurve nach oben, wa? Doch! Mache ich das so... Und ich glaube dann haben die... Die Geschwindigkeit ist fort! Und dann... Hier so ne Kurve... Ne Kurve... Muss man ein bisschen aufregender sein hier! Und es geht wieder nach oben! Mit den Ketten! Und zwar richtig steil! Da geh ich steil! Das war ja noch nicht alles, Leute! Jetzt war's vorbei, wa? Das wird ne Spannung! Die Spannung steifft! Ein bisschen auslaufen machen hier! Ich weiß nicht, ob die hier drüber fliegen! Ich hoffe nicht! Aber... Falls doch... Dann ist mir auch egal! Ich glaub aber nicht! Eine sanfte Kurve... Ich glaub man kann so langsam dort runter gehen, wa? Eine sanfte Kurve... Häääääääääää? Ich hol grad aus... Was ist da da? Ach! Ach Gott, ach Gott! Ach, oh. So geht das nicht runter. Das ist ja auch... Jetzt machen wir das so. Wir machen das zum Wackrad wieder. Das wird eine coole Bahn. Alter. Und runter. Und den Rest. Nee, 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 nee. Der Rest. Komm, schütze fest. Der fliegt hier so lang. Und dann machen wir es schon mal so. Gerade. Und schön auslaufend. Hey, wa? Vor der Leute alle sterben. Da wollen wir ja auch nicht. Ich will ja hier einen schönen Pack haben. Die muss ich sowieso gleich jetzt mal testen. So. Und jetzt kannst du eigentlich... Die ist ja nicht zu auslaufend, wa? Nee. Ist schon vernünftig. Warte, sind wir jetzt hier... Ja. Das kannst du machen. Ja, bestätigen. Geil, ey. Geil. Wenn die richtig geil ist, dann ist die geil. So. Und jetzt brauch ich die Eingänge. Wo ist das, die Eingänge? Was ist da da? Girls like Spice. Da ist schon nett. Äh, ach da. Wo ist das? Da Eingänge. Ich brauch die Eingänge. Sonst geht es nicht rein. Da, da. Ich, ich hab vergessen. Ich hab einfach vergessen. Hä? Bin ich jetzt dumm, oder was? Ich will die Eingänge. Ist schon wieder so lange her, dass ich gespielt hab. Was ist da da für ein Schiss hier? Oh, nee. Oh, wie peinlich. Ich brauch die Eingänge, Mann. Warte mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn? Was ist denn verkehrt hier? Ich will die Eingänge. Gehen wir auch rüber. Dann wird testen. Nee, das will ich aber nicht. Ich will jetzt einen Eingang bauen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Habst du das denn mal gemacht? Ja, ist jetzt fertig hier. Ja, ist jetzt fertig hier. Ciao. So. Und jetzt? Bau-Motos. Bau. Und ich will jetzt hier... Willst du mich verarschen? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Wasserrutsche... Ohne ein... Ohne Zugriff. Zugang. Ich verstehe wirklich nicht. Ich will jetzt Eingänge bauen. Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ey. Äh. Hier st... Also... Du willst dich verarschen. Mann. Tja, es gibt keinen Eingang, wa? Es ist... Ne. Das ist jetzt richtig beschissen. Das kam doch sonst mal automatisch. Warte mal. Ich mach hier nochmal was weg. Und dann, äh... Mach ich so. Dann ist es ja fertig. So, jetzt flicht Eingänge. Ich muss jetzt googeln, sonst... Ist das doch bescheuert hier. Was soll die Kacke? Ist das hier schon wieder ein Beweis, dass ich dumm bin, oder wat? Rollercoaster... Tycoon 3... Eingänge. Eingang bauen. Wie baue ich Eingang, wa? Zeit, äh... Äh... Klick bei der Attraktion auf Details. Details. Und dann auf das vierte oder... Und fünfte Symbol. Viertel. Ich will da aber nicht mit der Bahn linksrums. Und fünfte Symbol. Willst du mich... Muss ich da mit einer, äh... Hier... Umkleideräume... Badanlage laden. Muss ich da Umkleideräume machen? Nee. Ist das extra nur für's Schwimmbad, oder wat? Nee. Wo ist das denn jetzt? Och Leute. Ich baue mal ne Badanlage drumrum. Äh... Umkleider, ja. Müssen die sich da Umkleiden, oder wat? Vor da drauf dürfen. Wat wollen wir denn mal nehmen? Klatter, oder wat? Nee. Das bringt ja nix. Wiege. Umkleideräume. Becken. Extras. Umkleideräume. Wolltest du denn da nicht... Wieso, äh... Sag mir doch, weißt du's, warum es net geht? Wurde ich erst hier so'n Scheiß bauen, oder wat? Ach, joa, okay. Okay, okay. Guck mal, da öffnet sich dat dann und dann geht. Aber netter dat in, äh, in Wasser rutschen, enden muss, muss dat dann... Was ist dat jetzt hier? Karren legen. Oh, der sicherst pack. Äh... Oh Gott, ey, wat leckt dat denn jetzt hier? So, dann mach ich hier Beckengeschiss. Wenn die jetzt da reinfahren, ich hoffe, dat ist die dürfen da... Ne. Ne, kann ja ne. Musst ja so'n Rundkuss sein. Ja, ja. Ja, ja, alles. Dann machen wir erst mal dat hier. Dann machen wir hier umkleiden, wa? Hier, bitteschön. Dann können die später... Die müssen sich anscheinend hier net anstellen. Ich muss sie testen, wa? Ije. Ije. Ah. Aber ein Anstellweg gibt. Nett. Oder wat? Hiha! Äh! Äh! Hoch da jetzt! So. Weißt du, da willst du einmal ein paar mehr Attraktionen bauen? In einer Folge? Und dann hast du hier so'n Schiss. Yay! Yay! Hier, dat machen wir hier die Anlage. Diese Badeanlage machen wir natürlich noch größer. Aber ich wollte jetzt eigentlich erst mal nur noch hier, dat hier hinbauen, wa? Da könnte ich, äh... Weiß ich ja net, ob dat jetzt hier die Anstellwege sein könnten. Eigentlich ja schon, wa? Ich teste mal. Jetzt lege ich aber erst mal jede Wege. Die stehen da... Ah, die stehen hier bestimmt an. Für raus... Ich verstehe da einfach net. Vielleicht gibt... Ne, hier gibt es keine Anstellwege, glaube ich. Machen wir einfach so und so. Dann ist das offenbar. Auf. Das sieht ja erst mal hier, habe ich ja schon gesagt, das sieht ja erst mal blöd aus. Umkleideräume, Umkleideraum. Pfff, ja, danke, Günther, ja auch, wa? Da war gerade ein Bild von dem. Umkleideräume. Eins. Badalare. Dat ist dat, äh... Dat... Kachelbecken. Man kann da ruhig reinspringen. Ja, ja, ihr dürft da ruhig gehen. Ist fertig. Ist fertig. Traut euch. Kachelbecken. Ja, Umkleideraum. Ankleidesaal. Der ist auch offen. Das geht hier eigentlich primär um dat Ding hier. Dat teste ich jetzt. Ja, ich mach direkt... Ich mach direkt auf. Na los, Leute. Geht hier hin. Bastet euch gut gehen. Hier. Was ist jetzt hier? Ja, Leute. Ich will wat sehen. Ich will dat Ding hier fahren. Ich testet erst mal. Damit ich überhaupt weiß, ob dat niemanden tötet. Komm schon, komm schon. Ich will ne Kamera. Kamerafahrt. Ja, ich will... ... ... Das ist lustig. Ja. Ich will... Ja. Ich will... Jetzt wird es dunkel schon wieder. Das hat schwarz gemacht, nochmal. Jetzt wird irgendjemand, der schreit. Da wird keiner mitfahren, oder was? Ach, äh. Ich schaffe noch gar nicht offen, wa? Nee, ist noch auf Test. Kommt rein, Leute. Kommt rein. Nehmt euch... Nehmt euch einen Teppich und los. Nehmt euch einen Teppich und los. Warte mal, ich mach hier, während ihr da drauf geht, mach ich euch noch die Lämpchen an. Hier kommt auch noch Wasser hin. Keine Sorge. Ich brauch die Lämpchen. Lämpchen. Ich will nur die Lämpchen. Nur die Lämpchen. Ich weiß auch nicht, was ich hier nehmen soll. Hier, Öllampe. 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 Öl. Alter, willst du mich verarschen? Hab ich sie jetzt? Komm, bitteschön. So, Leute. Setzt euch auf das verfickte Scheißteil und rutscht hier mal durch die Gegend. Das ist ja wohl nicht so schwer. Da gibt auch noch... Ne, den Fressboden gibt es nicht. Ah, hier. Der Mülleimer. Wichtig. Ganz wichtig für die Umwelt. Hallo. So. Und Bänkel. Hier, Holzbank. Ne, den alte Holzbank noch. Holzbank noch. Holzbank noch. Setz dich doch mal dahin. So. So. Gehen Leute jetzt da drauf, oder was? Oder was? Wie sehe ich die ganze Geschichte hier? Ja! Hä? Ach, der liegt da drauf. Warte. Gehen wir doch mal. Alter, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht soweit. Ich bin noch nicht soweit. Oh, da läuft aber zu, den Kopf. Ah! Hollad afect Fluss oder auf Gu�? Gerst dich voll mit Motor exploding. Ahahaha. Ah! Ach. Ah, Two. Man hat dieser Leer nimmt intense. Hahaha. Oh, das llama! Wenn andere Leerdце, die ver hulle der Leer. Aus. Ach. Hast du re 막 denn? Ach, du stellst dich das einfach irgendwie an. So, wie geht es euch jetzt hier? Geht euch gut oder was? Muss aber nicht kotzen, na? Habe ich mir einen richtigen ausgesucht hier. Ih, da war der Parkinspektor. Okay, das Schwimmbad wird noch ausgebaut. Dann mach ich jetzt. Ich spiel weiter hier mit dem Schwimmbad. Ich spiel da. So, Leute. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch nämlich... Das ist vielleicht zu viel erst mal am Rand. Den muss ich dann noch erst mal mit Kacheln hin machen. So. Dann könnt ihr hier ein bisschen schwimmen, wa? Was ist das? Sprungbrett. Jo. Aber nicht vom zeitlichen Backrand springen, wa? Das hier ist der Aufseher. Der muss aufpassen. Der muss aufsehen. Erregen. Was ist das hier irgendwo? Ich muss erstmal noch ein paar Kacheln bauen. Kackeln bauen. Wie schön nett. Tada. So, was machst du da? Kacheln. Und einmal rum hier. So. Nee. Was ist da denn hier? Äh. Nee. Ohne soll natürlich... Leck jetzt gerade ein bisschen. Es soll natürlich... Mit der anderen Seite... Okay, das ist hierüber verbunden. Was haben wir hier sonst noch für Extras? Die Uhr. Beckenlampe. Wellenbad. Oh. Ein Whirlpool. Den können wir hier hin machen. Hier können wir ein paar Whirlpools hin machen. Hier ein. Da ein. Was ist da da? Oh, geht. Die Ligen können wir hier hin machen. Und da. Und hier ein 3-Meter-Turm. 3-Meter. Was sind die genau? 3-Meter. Ballerbad. Dahin. Nicht vom seitlichen Deckenrand springen, wa? Was ist das? Oh, hier mit Schirmischen. Kommt noch mehr. Ich baue jetzt hier ein Wellenbad ein. Warte. Da. Erstmal den Bademeister. Ich glaube einer reicht für ein Wecken, wa? So. Hier die Wellen. Damit die kleinen Kinder richtig schön angestogen werden. Da wollen wir natürlich noch. Wie weit geht das? Oh, jo. Ja, geil, Alter. Geil. Das ist ja cool. Mit Schwimmbad. Oh, nee. Was ist da da? Ach, die Lämpchen da. Ist gar keine Uhr. Die Lämpchen im Becken. Die Lämpchen, äh, Decken ist sicherheitshalber. Mach's dir natürlich. Das geht mir zu nahe. Wellenbad. Hä? Ist mir da ausreichend? Ja, ich wollte jetzt hier Lämpchen im Becken. Oder was? Ach. Das sind doch bestimmt noch mehr Lämpchen. Oder? Das sind doch mehr Lämpchen. Kann ich dir noch ein Lämpchen nehmen? Ja. Kann ich da auch noch? Nee. Da ist es ein bisschen dunkel. Hier noch Lämpchen. Doch, müssen wir nicht mehr. Oder was ist das? Hier die Schwimmbad-Dusche. Ganz wichtig. Bitte, bevor. Bevor ihr ins Wasser geht. Bitte duschen. Bitte duschen gehen, Leute. Es ist ekelhaft, wenn ihr euch nett vorher abduscht. Wenn ihr hier die ganze Zeit im Schweiß gebadeten Scheiß rumrennt. Die Schilder, die euch abduscht. Und auch hier. Nach dem Whirlpool immer schön abduschen. Das ist gut für die Sprudung. Also wenn ihr dann irgendwie in kalt Wasser springt oder so, ist das nicht gut. So, hier machen wir noch ein bisschen mehr Kacheln. Eigentlich müsste ich ja auch eine Pommesbrühe hinbauen, wa? So, hier noch ein paar Lämpchen. Was ist da da? Achso, ja. Ah ja, das ist auch wichtig. Machen wir hier ein richtiges Strandfeeling. Und die Schwimmbad. Ah ja, hier die Lampe. Da kommen die Lampe hin. 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 Und da kommen die Lampe hin. Machen wir hier auch eine hin? Ich mach die... Ach, das geht ja wirklich nur davor. Ja, schön abduschen, wa? Sonst kannst du da nämlich statt... Also das Schwimmbad verlassen. Äh... Ich glaub, die rutschen hier nicht aus. Also wenn das jetzt echt wäre, dann würde ich die schonen überall öfter hinbauen. Und das ist zwar blöd hier raus mit den Kästen. Macht ja auch nicht besser. Ach, der ist weg wahrscheinlich. Äh... Dann würde ich die auch... Ähm... Über Lampe mitbauen. Das ist ja besser so. Ja, hier ist auch sehr schön. Ah, oh! Die wollen vielleicht auch raus, wa? Hier wird wieder ein Serviceausstieg. 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 Ja, ja, auf der Seite ist das ganz gut. Da hinten ist vielleicht nicht so gut, wenn da leider ist. Aber ist ja auch egal. Die tun sich nichts. Ah, ist das schön. Ah. Da traut sich keiner. Oder muss ich dann aufmachen? Ich dachte, der wollte hoch. Ah, doch. Muss ich nicht aufmachen. Okay. Geil, ala, geil. Ja, aber jetzt hier war schon ein richtig schönes Schwimmerlebnis für die Leute geschaffen. Äh... Das Szenarien habe ich noch mal gemacht. Haben wir hier Palmen? Palmen. Palmen. Da. Große Kokospalme. Oh. Passt hier hin, ey. Nee. Das ist natürlich jetzt so. Die kann man trotz der Palmen noch erweitern. Und selbst wenn nicht... Also ich werde hier außenrum dann bauen. Nimm die Palmen rum. Die können ja sowieso nur auf kühlen Zeug stehen. Genauso wie hier. Wo die ist eigentlich da? Egal. Ah ne, dann geht's so. Und natürlich... So, so, so... Und so. Und hier sieht's jetzt beschissen aus. Nee! Egal. Ja, da ist doch schon mal schön hier. Ein richtig Stolz. Wofür der ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Könnt's eigentlich weglassen. Ah ne, die wollen ja... Manche wollen ja nicht hier mitfahren, um dann auf die andere Seite zu kommen. Deswegen ist das schon ganz okay. Ist doch ganz klug. Ja, mega. Gibt sich den Schlange? Nee. Das ist auch gut. Und ich wette, ihr wollt hier noch was futtern. Das mache ich für das nächste Mal. Da mache ich ein eigenes Bild. Das mache ich dann. So, jetzt wäre das erstmal von der Folge gewesen. In der nächsten Folge geht es weiter. Das war doch schön, wa? Da haben wir was richtig Schönes hier gebaut. So. Dann bis zur nächsten Folge, wa? Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020